Hot Pot Fast jeder Schneese liebt Hot Pot. Man kann praktisch alle Zutaten in Hot Pot reintun, was man liebt. Für Hot Pot brauchen wir nur Wok, Kochplatte, Suppenbasis, Zutaten ganz individuell. Da fehlt irgendwas. Was denn? Auf Deutsch nennt es sich Lammfleischröhrchen in Scheiben. Auf Verpackung sieht es oft so. Diese kleinen Fleischröhrchen sind für viele ein Muss bei Hot Pot. Wir gehen einkaufen bei Asialaden. Nix einfacher als das. Hallo, mit dem Preis kriege ich frisches Lammfleisch, oder? Tue ich auch. Ich hole beim türkischen Laden mein Fleisch. Fett abschneiden. Fett abschneiden. Einrollen. Winter is coming. Winter is coming. Tja. Tja. Ja genau. So eine Maschine hätte ich gern. Hey, ich habe da was. Musik Musik Musik